Wie denn eine Unterbrechung? Mahne! Rock, das ist zwischen dir und mir. Halt meine Jungs da raus. Sie reden mit einem Vorgesetzten, Lieutenant. Etwas Disziplin, bitte. Du warst niemals einer von uns. Du bist kein Ghost. Und das nur, weil ich besser als du bin. Ja! Ich war immer besser als du! Aber du... Du nennst dich Ghost? Du bist nichts. Du und deine Söhne, ihr seid tot. Dein Name stimmt nicht. Er hat noch Leben in sich. Wartet er dich beigebracht, dich mit Waffen auf Menschen zu zählen? Ich kann nichts machen. Wenn du losgehst, da! Ganz recht. Ein bisschen weiter. Hier hin. Ramchall! Rock, hör auf! Ziel! Auf! Daddy! Logan! Logan! Puh! Du hast Feuer in dir, Kleiner. Das mag ich. Riskierst dein Leben für deinen Käpt'n. Du könntest noch was von ihm lernen, Elias. Er ist mein Sohn. Tja, jetzt darf er dir beim Sterben zusehen. Ich bring dich auf! Hörst du mich? Ich bring dich auf, du Hutschloch! Ich bring dich auf, du Arschloch! Ich bin stolz auf dich, Logan. Alles kommt wieder. In Ordnung. Oh, du hast recht, Elias. Ich bin kein Ghost. Ich bin der Mann, der sie jagt. Und sie auf die andere Seite schickt. 12 Uhr 2. Der Boss will den Jüngsten lebendig. Okay. Bam! So, jetzt geht hier aber, Ramazama, aber erst mal, ne? Bist du schon? Alles klar, Merrick. Wir brauchen eine Rippe. Aber es geht. Wir müssen los. Ich bin noch ne Waffe. Kommt so schnell wie möglich her. Okay. Fress uns in der Tür her. Wir müssen die Westseite des Gebäudes erreichen. Das ist unsere beste Chance hier aus. Okay, zur Westseite. Lärm. Ja, machen wir es schnell. Wenn ihr mir, oder Hash, wenn du mir am Weg stehst, geht es nicht. Medica 7 ist geil. Er ist auf dem Weg. Das Funkgerät. Wir verschaffen uns einen Vorsprung vor Ihnen. Wir haben uns wohl gehört. Sie schicken noch mehr Leute hierher. Wir schicken in dieser Position. Wir bewegen uns zur Küche. Warum? Ich bin fast da. Sucht euch ein gutes Versteck. Seine Megatür sind unterwegs zu euch. Wie viele? Zu viele. Da ist Kiegel. Wieso hat er sich jetzt zum Maul gepackt? Schöne Aktion. Ja, so schön von hinten. Ein paar. Er hat auch noch... Gut, jetzt nicht mehr. Ich wollte sagen, er hat noch Leben in sich. Er hat irgendwas mit einem Bein. Okay, gut. Denn es ist klar, dass er sich auf Maul packt. Okay, wo sollen wir denn jetzt hin? Jetzt weiß ich vom Bissen Asch noch. Oh ja. Kiegel. Ich hoffe, man hat das Kiegel nicht auch noch drauf geht. Schickes Malpe. Hoppala. Wo denn? Ja, natürlich. Ich glaube, ich war schuld. Na, egal. Aber er hat das auch so gesagt, wir kommen um die nicht rum. Also, warum nicht gleich gegen eine Granate rennen und noch eine Granate. Lauf, lauf, lauf. Scheiße. Fuck. King. K. Oh Mann. Und wieder eine Unterbrechung. Gleich. So, da bin ich wieder. Ich glaube, eben beim Aufnahmestopp habe ich mich mit einem Wort abgeschnitten. Aber naja, egal. So. Sekundär habe ich die Ämter. Wir werden nicht um sie herumkommen. Warte, bis sie herkommen. So. Da habe ich schon mal ein paar ausgeschalten. Na, die K7 zieht leicht nach rechts und links. Ich habe hier längst und eine Granate gehört. Ich war nicht bei uns. Das ist auch neu, dass die Gegner sich jetzt hinlegen, die NPCs. Oh, ja, die KI bisher. Ne, ich muss kurz warten, bis ich kreativ bin. Das war eine. Na, komm schon. Eui, eui. Das war knapp. Die Ämter spielt sich aber auch geil. So, von den paar gerade Dingen versuchen. Gut, die rollt dem Berg wieder runter. Weil ich sehr gut finde. Wir kommen da ja noch mehr. Und. Wir sind schon auf jeden Fall vorgerückt. Ich gebe mich von aber noch. Bisschen Deckung. Hash. Ne, Merrick. Hash. Das ist nur. Hash. Zack. Und zack. Mann. Ah. Geht. Ja, ja. Ich habe auch nicht mehr viel Monit drin. Oh, Kigen. Also, es ist auch selten, dass sich die wirklich die Leute hinlegen. Bulldog hat. Ne, brauche ich nicht. Bulldog. Bulldog. Na, wir bleiben. Ah, scheiße. Die Ämter habe ich auch nicht mehr so viel. Ja, jetzt sprach ich die noch und treffe keine. Super. Einfach mal ein paar Granaten runter. Sollte es eigentlich schon regeln. Hoffe ich mal. Sterb. Sterb. Das Kigen. Bulldog. Also, die Waffe. Bulldog. Ich will noch eine andere haben. Was ist denn da für eine Scheiß? Schroß könnte man. Ich weiß es nicht. Will überhaupt einer. Spielt überhaupt einer? Ich kann mir leider über die Waffen noch keine Meinung bilden. Halt jetzt nur aus dem Singleplayer. Kann ich mir gut vorstellen, dass die K7 eine MP5 nachstellen kann. Wenn man die mit ja, mit entsprechenden Aufsätzen spielt. Welche man dazu am besten spielt, kann ich leider nicht sagen. Super, jetzt bin ich für Super, jetzt bin ich komplett oder auch nicht. Ja, ich muss kurz mal auf Suche gehen für neue Waffen. Bulldog. Aber die sollte erstmal reichen mit dem Hodo. Im EOTEC drauf. Soweit erst mal die rechte Seite soll werden. Ich wollte eigentlich gerade runterlaufen. Und dass ihr mir schon die Bahn versperrt. Links ist frei. Ich laufe mal links runter. Oh, je, je. Guckt mir natürlich sehr, sehr verfassend. Nein, Scheiße. fuck. 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 Und da war noch nie mal ein Speicherpunkt. Man. Da kommen noch mehr von Ihnen. Wir werden nicht um Sie herumkommen. So. Natürlich war ich eben bedeutend produktive. Die laufen jetzt schon runter. Nicht schlecht. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Der sitzt hier oben noch. Der deckt das noch ganz mit mir. Kann sie ihm raus. Scheiße, ich sehe den nicht. Cash, geh mal mit runter. Na, das war. Okay. Okay, das ist tot. Er ist doch nicht tot. Jetzt ist er tot. Ja, ich muss ein bisschen mit meinem, ja, mit meiner Muni hervorraten. Muss gleich erst noch suchen gehen. Aber das Gute ist, dass sie wirklich nur alle so eine scheiß Struttlinden haben. Und nicht wirklich was auf Entfernung reißen können. Man hat eben gesehen, den Protonen-Gurt. Und natürlich verpisst er sich. Komm, Wichter. Oh, K7. K7. Ruhepunkt tausche ich natürlich ganz gerne. Bulldog. Hat hier nicht nur eine ordentliche Wache. Bulldog. So. So geht es natürlich auch. Zack. Zack. Noch mal. So mit Rotpunkt zu spielen, ist geil. Finde ich jetzt. Von den ersten zwei, drei Schüssen. Weil die Präzision doch dadurch sehr gestiegen ist. Mikros an. Ja. Ich bin da noch irgendwie von der Ämter. Oh ja. Gut. Wir machen jetzt so. Geht da noch auf jeden Fall eine hin. Und da noch eine hin. Ich muss unbedingt erst mal die Entdeckung. Vielleicht kriege ich ja hier von dieser Position aus. Oh ja. Ist sogar möglich. Sogar sehr gut möglich von hier zu kriegen. Zack. Okay. Das ist gut. Deckung habe ich komplett. Kann ich großartig was machen. Ja, jetzt kommen wieder, glaube ich, diese unendlichen Gegnermassen. Kann sein, muss aber nicht sein. Doch. Sind die unendlichen Gegnermassen, aber es sind nicht so extrem, wie sie einst mal waren. Muss ich halt bloß ein bisschen aufpassen. Lieber einen Schuss mehr verwenden. Lass es drauf gehen. Ja, ja. Ja, ja. Das ist knapp. Das war hammerknapp. Und tab auf den Speierpunkt gekriegt. Ist gut. Warte, wo ist Riley? Er ist ziemlich hektisch geworden. Danach habe ich ihn nicht mehr gesehen. Riley macht das schon. Ich vertraue, ich vertraue Riley, Wiley, dass der hat schon hinspricht. Wie weit denn noch? Nicht mehr weit. Ich habe auf links und sind fast draußen. Schade. So. Hier ist nix. Ah, da ist Merrick schon. Spiel gespeichert. Ja, natürlich. Durchs Fenster. Ich hoffe mal, dass das nicht so tief war. Okay, war doch tief ausgedacht. Was nicht so schön war. So, mal gucken. Ja, natürlich bin ich okay. Lebst du, Merrick? Alles gut. Wir müssen weg. Wir wollen die Helikopter wissen, wo wir sind. Wir müssen es schaffen. Wir müssen es schaffen. Wir müssen es schaffen. Aber, wie gesagt. Ja, das war ein glatter Durchschuss. Ja, natürlich kann ich Riley tragen. Ganz ruhig, Riley. Wir machen das schon. Ganz ruhig. Ai, ai, ai. Scheiße, ich muss Riley doch mal ab und zu ablegen. Oh, der arme Hund, Mann. Ja, natürlich kann ich Riley tragen. So, hier gehen wir erstmal hier hin. Ganz ruhig, Riley, ganz ruhig. Das wird schon wieder. Muss aber erstmal den Helikillen. Komm schon. Ja, wie viel? Hä? Wo kam die denn gerade her? Ja, natürlich. So. Mein kleiner Hund. Kleiner Wartzi. Ich gehe jetzt erstmal hier hin. Nein, du wirst nicht zurückgelassen. Nein, nein. Wieso? Du legst mir hier. Ersche jetzt ab. So, stößt. Komm mit Wartzi. Ich weiß, du hast Schmerzen. So, ein bisschen weiter. Los, war. Kann ich real, Riley nicht ablehnen. Er ist satt. Nachladen. Voll den traurigen Blick irgendwie. So, Riley. Gehen wir ein Stückchen weiter. So. Und tschüss. Und nach la bräune. Okay. Wenn wir drauf gehen, würde wäre es cool. Ja, ja. Normale. M-Tar nämlich noch mit. Ne. Ist schon wie eine andere, okay? Komm mit Wartzi. Sprint, Sprint, Sprint. Lauf, 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 lauf. Oh, Henning. So. Puh. Das ist natürlich jetzt ein bisschen anstrengend. Nein.